Hallo, der FIWO schaut sich heute mal den Rottalon 240 von Innovate an. Für Straße und befestigte Wege hatten wir bis jetzt den F-Light in dieser Form. Den gab es als 195er mit dem straffen Ressition Fit und 3mm Sprengung. Oder als 240er mit dem bequemen Standard Fit und 6mm Sprengung. Der neue Rottalon liegt da ziemlich dazwischen. Er hat 4mm Sprengung und die Passform liegt auch dazwischen. Es ist immer noch sehr bequem, aber etwas straffer als der Standard Fit. Aber eben noch nicht so straff wie der Precision Fit. Die Sohle sieht so aus. So ähnlich wie der F-Light für Straße und befestigte Wege halt konstruiert. Ergänzt dieses Modell jetzt den bereits bekannten Rotclaw 275 mit 8mm Sprengung und Standard Fit. So haben wir nun zwei Modelle für Straße und feste Wege. Der Rottalon 240 ersetzt sozusagen die F-Lights und die bisher ähnlichen Road Extreme Modelle, die eben sehr konsequent auf Asphalt zugeschnitten waren.